FC Nürnberg gegen Mainz 05, ein 2 zu 1 nach überaus spannenden 90 Minuten. Der Trainer sieht entspannt aus, obwohl jede Menge Feuer im Spiel war. Wie hast du es erlebt? Ja, war ein sehr heißes Spiel heute. Viel Emotion und Energieleistung einfach von der Mannschaft, gerade in der zweiten Halbzeit dann das Spiel nochmal umzudrehen gegen eine sehr gute Mainzer Mannschaft, die sehr gut verteidigt hat. Aber wir haben die Geduld nicht verloren und dann schöne Tore gemacht und der Wille hat es dann bis zum Schluss uns getragen. Wir haben ein frühes Gegentor kassiert, danach hatten wir den Eindruck, dass wir leicht geschockt waren. Hast du das auch so empfunden oder hast du die ganze Zeit eigentlich gedacht, wir drehen das noch? Ja, das hat natürlich Mainz in den Karten gespielt. Wir wussten, dass sie gut verteidigen können, sie taktisch sehr gut machen und dann wurde es natürlich schwer für uns erstmal da durchzukommen. Wir hatten nicht so viele Möglichkeiten oder der letzte Ball kam noch nicht. Aber wir hatten auch hinten nichts zugelassen und das war wichtig. Ja, solange es nur 1-0 steht, wussten wir, können wir immer zurückkommen. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit getan. Ihr seid zumindest mal über das Wochenende auf jeden Fall Tabellenführer oder wir. Eine schöne Momentaufnahme oder ist das schon ein Fingerzeig, dass wir so stark sind? Also es ist eine schöne Momentaufnahme jetzt. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt den fünften Spieltag. Es war wichtig, dass wir das Heimspiel gewonnen haben. Wir haben jetzt ein schweres Auswärtsspiel gegen Ulm vor der Brust. Von dem her war das wichtig wie der Sieg. Und wie gesagt, die Saison geht erst los. Danke, Jürgen. Bitte. Ja, Tom, spannende 90 Fußballminuten am Ende mit einem 2-1-Sieg. Tom, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit stand Mainz unheimlich kompakt. Wir Gott sei Dank auch, aber trotzdem kommen sie mit einem Sonntagsschuss, sag ich jetzt mal, zur Führung, was uns noch schwerer gemacht hat, weil sie dadurch auch noch kompakter standen, nicht mehr viel nach vorne machen mussten. Und ja, wir haben uns dann in der Halbzeit einfach gesagt, wir brauchen erst mal ein Tor und dann werden die auch irgendwann müde. Wir müssen es weiter schnell spielen. Und so haben wir es auch gemacht und letztendlich sind wir froh, dass wir drei Punkte eingefahren haben. Die zwei Vorlagen kamen auch von dir. Hast du gut gebracht, zwei Hörnchen daraus entstanden. Hast du das ganze Spiel über dran geglaubt? Ja, ich glaube immer dran. Ich glaube, man hat in den letzten Spielen gesehen, dass wir eine Riesenqualität in der Mannschaft haben. Und ja, da kann man einfach nur dran glauben, denke ich mal. Und jetzt nur, weil wir, wie gesagt, mit einem Sonntagsschuss in Rückstand geraten, muss man da jetzt nicht aufhören, dran zu glauben. Also wir waren ja trotzdem die bessere Mannschaft. Als du, also du bist von Mainz hierher gekommen, hast in Mainz gespielt, hast du, wir sind jetzt auch Tabellenführer, es ist erst der fünfte Spieltag. Aber hast du so eine Entwicklung erwartet? Ja, erhofft, sagen wir es mal so. Also wir haben vor der Saison gesagt, wir setzen uns jetzt kein großartiges Ziel. Wir wollen der oberen Tabellenhilfe stehen und gucken von Spiel zu Spiel. Und so machen wir es jetzt einfach auch. Also wir fangen jetzt nicht an zu träumen, nur weil wir gut gestartet sind. Man hat es heute gesehen, da steht eine kompakte Mannschaft vor uns. Sie machen Sonntagsschuss und dann steht es 1-0. Und dann wird es richtig schwer. Und ja, bis jetzt haben wir es immer ganz gut hinbekommen. Ich hoffe, das geht auch weiter so, dass wir immer wieder drei Punkte einfahren. Aber wir brauchen jetzt nicht anfangen zu träumen oder sonst irgendwas, sondern gucken von Spiel zu Spiel. Tom, ich danke dir. Glückwunsch zum Sieg. Ja, Patrick Lienhardt, 2 zu 1. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich muss sagen, wir sind heute auf einen sehr starken Gegner getroffen. Mainz hat es von Anfang an gut gemacht. Dann natürlich so ein frühes Tor, wo er genau in den Winkel schlenzt. Hat uns natürlich taktisch überhaupt nicht in die Karten gespielt. Haben wir ein bisschen Brauch zum Sortieren. Das haben wir uns auch sehr gut zugestellt. Und natürlich mit ihren schnellen Spielern dann sehr gut umgeschaltet. Da hatten wir schon ein paar Ballverluste zu viel. Aber wir haben uns trotzdem immer wieder getraut, anzuspielen. Haben versucht, Lösungen zu finden. Und ich denke, zweite Halbzeit waren wir dann auch deutlich die bessere Mannschaft. Und ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit geht es auf jeden Fall in Ordnung. Weil ich glaube, auch Mainz waren immer wieder gefährlich. Aber richtige Torchancen hatten sie eigentlich kaum. Und wir haben einfach dann im Endeffekt, ich glaube, mehr fürs Spiel gemacht. Doch ein bisschen auch mit Ballbesitz sind immer wieder angerannt. Mit dem Publikum im Rücken dann. Und ich bin einfach froh, dass wir jetzt die drei Punkte haben. Es waren hitzige 90 Minuten, insbesondere zweite Halbzeit. Hast du abgesehen von den zwei roten Karten, hast du das auf dem Platz auch so empfunden? Klar, ich meine, es geht hier um drei Punkte. Beide Mannschaften wollen unbedingt gewinnen. Ich denke, das ist Fußball, das ist Regionalliga. Das werden wir öfters hier haben, so wie 3-0 die letzten Spiele. Das war ein optimaler Spielverlauf. Aber so wie heute kann es mal schlecht laufen, kriegst ein frühes Gegentor. Und dass es dann am Schluss ein Fight gibt, ist klar. Aber wir haben uns super drauf eingelassen, haben super zusammengehalten und darauf wird sie sich ankommen. Das war auch die ganze Zeit Thema, der Zusammenhalt in der Mannschaft. Kannst du vielleicht so direkt nach dem Spiel mal beschreiben, wie ihr das auf dem Platz rüberbringt? Wir wollen einfach alle gewinnen. Ich glaube, wir verstehen uns auf dem Platz ganz gut. Trotzdem muss man immer sagen, jetzt läuft es gut, jetzt ist alles toll. Wir müssen schauen, aber wenn mal vielleicht eine schlechte Phase in der Saison kommt, dass wir dann auch zusammenhalten. Weil das ist dann ein richtiger Zusammenhalt. Aber trotzdem haben wir super Jungs zusammen, guten Charakter. Ich denke, das sieht man. Und deswegen macht es auch richtig Spaß. Patrick, danke dir. Ja, Christopher, wir machen uns kurz und schmerzlos. Christopher Theisen spielt. Christopher Theisen schießt zwei Tore. Im Moment stimmt das. Kann ich nicht widersprechen. Ich muss mich heute wieder beim Tom Schmidt bedanken, der es zweimal super auflegt. Und dann versuchen wir nächste Woche nichts zu verändern und einfach alles beizubelassen. Wir haben uns in der ersten Halbzeit nach dem frühen Gegentor etwas schwer getan, haben da auch so ein bisschen die Linie verloren. Woran hat es gelegen, dass wir in der zweiten Halbzeit dann doch so deutlich den Schalter umlegen konnten? Ja, ich habe es gar nicht so gesehen, dass wir so den Faden verloren haben. Wir haben geduldig gespielt und den Gegner laufen haben lassen. Man muss sagen, die Jungs waren auch gut auf der anderen Seite. Das ist natürlich der Worst Case, gegen die direkt in den Rückstand zu geraten nach vier Minuten. Und dann haben wir in der ersten Halbzeit ein Stück weit die Müde gespielt. In der Halbzeit gesagt, wir spielen genauso weiter. Irgendwann werden sie nicht mal so eng decken. Irgendwann werden die Müde. Und das hat man dann in der zweiten Halbzeit gesehen. Da hatten wir ein bisschen mehr Räume. Dann auch im 16. haben wir ein bisschen Platz zum Abschluss. Und den haben wir ausgenutzt. Vielleicht auch ganz kurz zum Abschluss. Du wirst jetzt wahrscheinlich nicht jedes Spiel zwei Tore machen. Aber wie würdest du diese Situation einschätzen, einordnen? Ja, also das ist jetzt auch keine große Enttäuschung für mich, wenn ich mal keine zwei Tore schieße. Ich hoffe, dass wir dann trotzdem die Spiele gewinnen werden. Das ist das Wichtigste. Dass es jetzt am Anfang direkt so läuft. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet. Aber ein Stück weit bin ich hierher gekommen, um weiterzuhelfen. Und ich glaube, mit Toren kann man es am besten machen. Also ich glaube, wenn du jedes Spiel zwei Tore machst, musst du leider jedes Mal vor die Kamera. Christopher, danke dir. Das kriegen wir auch hin.